Hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Play von FIFA 16. Ich weiß nicht, ob ich letztes Mal 15 gesagt habe. Ist irgendwie noch drinne. Bin mir da nicht so ganz sicher. So, erstmal ein paar Sachen hier oben angucken. So, und dann spielen wir gegen Oldham. So, und wir sind Gast. Wir spielen mal wieder in Road. So, ich mach mich glücklich, die bisschen Blau spielen. Und, ja, ich bin ja ne, Jogantz wieder auf den Damm. Nach dem Pokalspiel. So, jetzt lade bitte. Ich hab da auf den Kiegel drückt. Dankeschön. Danke. Nein. 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 Nö. Und weg. So, Football League One wieder. Wir sind immer noch das offensiv schwächste Team, aber wir sind auf Platz 16 mit 8 Toren. Immerhin. Würde ich mal sagen. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Mit so wenig Toren, so viele Punkte ergabt und das kann nur Aue. Sonst. Hier haben wir die Einblendung, so läuft die Heimannschaft heute auf. Hey. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Bin ich halt links, äh, rechts Verteidiger, Nö. Ja, ihr wollt ja irgendwelchen rumspielen. Sie versuchen, das Spiel jetzt breit zu machen. Hey. Schiri. Die sind wohl bisschen besser positioniert als wir. Äh, die sind so ein bisschen aggressiver drauf. Und nicht schon mal gegen uns gespielt. Gut, wir haben schon... Da fehlen... Oh, Alter, macht ja eng. Ein paar riskante Dinge. Oh, fuck. Ich würde gern für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Das wird wohl nicht klappen hier aus der dritten englischen Liga. Allgemein möchte ich erstmal hier weg. So grob gesagt. Mann. Nie darf man mal was machen, was fein ist. So. Junge, ich hab da gar nicht gedrückt. So, einfach mal Sprint starten. Das könnte gefährlich werden. Scheiße, wieso treff ich sie nicht? Oder nicht mehr. So wieder so ein Mittelfeldproblem hier. Das ist beeindruckend. Sie spielen pass, um pass, um pass, um pass, um pass. Und das mit einer solchen Sicherheit. Hau das Ding jetzt rein! Nein! Abseits! Das gibt's so, ne? Oh, fuck, ey. Das wäre sein erster Liga-Treffer gewesen. Ich muss den ja schon machen. Der kommt viel zu zentral. Aber, Kilometer, was der mag sein? Geht doch mal innerhin. Okay, gut. Boah! Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Warum mit dem linken Fuß? Ganz ruhig. Was? Wie bitte? Ich hab da gar nicht gemacht. Junge. Ich renne in den nächsten rein. Ich wollte eigentlich in einer Richtung trippeln. Ja! Dem macht er nicht gut. Der Schuss geht weit vorbei. Also da hat in der Tat ein ganzes Stück gefehlt. Ich dachte schon. Das könnte die Chance werden. Schussversuch! Hoch! Geht er an die Latte und dann knapp ins Aus. Das war knapp. Oh! Das ist doch zum Mäuse melken hier. Hinten können wir nicht jedes Kopfhörteröl gewinnen. Das ist... Da kommt der Schuss! Zu unkontrolliert abgeschlossen. Die Kugel geht deutlich... Ach, Mann, ey. Boah! Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Boah! Du gehst doch schon... ...durchstarten dann. Mensch. Wieso klappt das heute nicht? Das ist doch hier bei Pokalspieler. Das ist doch super geklappt. So heute... Boah! Geistesgegenwärtig. Über die Grätsche springt er einfach rüber. Oh, oder nee. Der fällt doch nur... Ey, wir haben mehr Ballbesitz. Jungs, wir haben mehr Ballbesitz. Jungs, wir haben mehr Ballbesitz. Gott, ich muss mich nicht anhören. Ich mach doch hin. Ich mach doch hin. So... Doch nicht. Oh, das gibt's so, ne. Wie kann denn das Print-Toe gewinnen? Gegen den 5... Langsamste Spieler der Liga? Oh, nein. Oh, nein. Eickball. Schüsse aufs Druck. Werfen wir nochmal einen Blick auf diese Chance. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Geh ab, Junge. Geht ihr noch hin? Ich kann nicht mehr. Ich möchte ausgewechselt werden, bitte. Also, hier eh noch vom Kollaps. Oh. Das wird wohl nicht mehr so lange dauern, bis ich ausgewechselt werde, mal wieder. Also, ich hoffe es doch. Nein. Ich werde erstmal nicht ausgewechselt. So soll es sein. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Oh. Eine gute Aktion. Das war sie. Ich habe uns vor einem Angriff bewahrt. Oder wenigstens etwas verschoben den Angriff. Zeitlich. Was kriege ich hier? Oh. 2 abgezogen. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Schade. Ich kriege dafür Minuspunkte. Dass ich sage, er soll mal abziehen. Hm. Eine Auswechslung bei den Gastgebern stehen. Über den Gästen. Defensive ist gut organisiert. Da kommen sie nur schwer durch. Der Ball ist weg. Da kam die Flanke nicht gut rein. Hier links. Komm. Wolfgang rein. Passsicherheit. Kontrollieren Sie die Partie gerade. Da kam er genau richtig. Super gemacht vom Verteidiger. Komm. Und ich muss wieder hinter. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Jetzt wird's gefährlich. Der kommt gut. Das war einfach. Er holt sich die Flanke. Und mit der Parade hält er sein Team im Spiel. Ich bin auf der anderen Seite. E-Goal. Och. Beine weg. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. E-Goal. 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 Sachs. Es gibt's doch nicht. Wieder eingefühl Fass bar Prozeneutel Fassware Parade Wartende Bruder seine Mannschaft vor dem Rückstand ",llo war meine Gräte. Also wird es vor. Wann ich bin die 30-Joy 34. Die Partie und können ihnen den Wart. ja gut doch wir wechseln mich aus King kommt rein Oha das ist aber das ist auch nett das ist sehr nett das hätte ich nie von dir erwartet Trainer dass mich mal auswechseln so da haben wir mehr Zeit fürs Training das kann ich nicht wir spielen durchsetzen wir spielen Steilbässe wir spielen eine Chancenarbeitung das simulieren wir genauso wie das Training beginnt Uh Ausdauer 80 das ist gut für den Anfang ist das gut ich habe hier zwei Tonnen vorbereitet Und wieder hier hinten. Jawohl, 1500. Ich hätte das hinten nie erreicht. So, machen wir wieder das gleiche. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Boah, fuck, was ist da los? Schönen Traurigkeit, schau ich fürchte nix. Lass mir mal wenigstens es schaffen. Fuck, der Ball hätte es gepackt, der Ball hätte es gepackt. Steilbässe, komm. Ein A oder ein B. Machen Sie mal ein A oder ein B. So, komm. Boah, nein, der hat den Ball nicht bekommen. Jawohl. Nein, der kriegt den Ball zu spät. Jawohl, so müsst ihr das machen. Gut, ein B ist okay. Ein B ist okay. Können wir durchgehen lassen. Damit wir jetzt hier ein A holen. Schlussgenauigkeit hat sich letztens auf 61 verbessert. Nicht schlecht. Bitte. Yes. Boah. Jawohl, die Extrapunkte brauchen wir ja. Yes, man. Lopfer aus dem Halbfeld. Kann er und das war zu doll. Boah. Traumtor. Ich dachte, ich habe zu doll geschossen. Boah. Die Dinger gehen gut. Die Dinger gehen wirklich gut. Exzellent. Jetzt schon nach einer Minute. Exzellent. Oh, der kommt noch an. Oh, der ist doch mit den Reflexen da, der Junge. Oh, das war jetzt falsch. Jetzt hat er alles. Boah. Kommt denn der dort noch hin? Das kommt doch nie raus. Das ist nur beim ersten Mal. Yes. Ja. Ja. 18.000. Das ist gut. So. D, B, A. Das lässt sich schon mal gut an. Und den Rest simulieren wir einfach. Komm, auf die 75. Yes, man. Das ist wieder ein großer Schritt auf die 75 zu. Okay. So. Wie weit stehen wir da jetzt? Gut. Dann wollen wir noch mal ein bisschen. Und die Spiele abgeschlossen. Wir haben alles erreicht, was wir erreichen mussten. Und in den nächsten Spielen gegen Current Revers schwer. Da muss jeder sein Bestes geben. Ja, darum hast du mich auch eher ausgewechselt. Und ich muss wieder am Wutwischung herausspielen. Also das übliche. Ja. Das übliche. Das kommt jetzt bestimmt nochmal. Ja, als Ansage. Nochmal. Ja. Ist leider zu lange. Okay, da kommt es jetzt. Ja. So, da bedanke ich mich fürs Zuschauen und... Ciao. Bis zur nächsten Folge. Ja. Das heißt... Wir haben! Wir haben! Wir haben!